Hören 14 Beispiel Und, wie hat dir das Konzert gefallen? Na ja, ehrlich gesagt war die Musik nicht so ganz mein Geschmack. Aber der Konzertsaal, das war ein echtes Erlebnis. Das muss man einfach mal gesehen haben. Ist die Akustik denn wirklich so toll, wie man sagt? Ja, auf jeden Fall. Und man kann von jedem Platz aus gut hören. Es ist ein tolles Hörerlebnis. Und da macht es auch nichts, wenn einem die Musik nicht so zusagt. Und die Karten, waren die erschwinglich? Wo denkst du hin? Wir haben 400 Euro gezahlt. Aufgabe 1 und 2 Hallo Martina. Gut, dass ich dich treffe. Hi. Was gibt's denn? Du siehst ja richtig gestresst aus. Du, ich wollte dich fragen, ob ich das Buch noch ein bisschen länger behalten kann. Du weißt schon, diese Einführung ins Projektmanagement. Ach, das war mir gar nicht mehr in Erinnerung. Nein, das wird nicht mehr benötigt. Allerdings hatte mich eine Kommilitonin danach gefragt. Wenn noch Bedarf besteht, gebe ich dir Bescheid. Ansonsten kannst du das Buch gerne noch behalten. Das ist ja prima. Danke. Aufgabe 3 und 4 Sie hören nun einen Beitrag aus unserer Reihe Mieter helfen Mietern. Frau Peters, Ihnen wurde gekündigt, weil Ihre Mietwohnung verkauft worden ist und der Neueigentümer die Wohnung nun für seine Tochter braucht. Sie sitzen hier aber ganz entspannt. Ja, denn ich habe für den Umzug nun zehn Jahre Zeit. In diesem Fall gilt eine sogenannte Kündigungssperrfrist von zehn Jahren. Das hat die Stadt so beschlossen aufgrund der extrem hohen Wohnungsnot, die hier herrscht. Ein neuer Eigentümer kann also nicht so einfach Eigenbedarf geltend machen und den Mieter sofort kündigen. Juristisch werden hier die Rechte der Mieter höher bewertet als die Rechte der Eigentümer. Aufgabe 5 und 6 Was ist denn bei deiner Berufsberatung herausgekommen? Oh, ich glaube, ich bin da ein Stück weiter. Ich habe zum Beispiel einen Berufseignungstest gemacht und dabei hat sich bestätigt, dass ich doch eher technisch begabt bin. Wie interessant. Dann wirst du vielleicht mal in einen typischen Männerberuf gehen. Nun, ich weiß es nicht. Da ist ja auch noch etwas anderes. Ich bin gern handwerklich tätig und kreativ. Also, vielleicht sollte ich Mülldesignerin werden. Müll... was? Also, da baut man aus Abfall neue, brauchbare Produkte. Das fände ich echt cool. Aufgabe 7 und 8 Eine groß angelegte medizinische Studie hat nun noch einmal belegt, wie gesundheitsfördernd Knoblauch tatsächlich ist. Denn schon kleine Mengen dieser weißen Knolle wirken sich positiv auf unsere Gefäße und das gesamte Herz-Kreislauf-System aus. Daneben konnte auch bewiesen werden, dass von Knoblauch eine keimtötende Wirkung ausgeht, weshalb man besonders bei Infekten darauf zurückgreifen sollte. Und drittens konnte auch die zellschützende Wirkung nachgewiesen werden. Wer also vorbeugend etwas gegen Krebs tun möchte, sollte regelmäßig auch mit Knoblauch würzen. Übrigens, gegen den unangenehmen Geruch lässt sich etwas tun. Im Handel gibt es verschiedene Knoblauch-Tabletten, nach deren Verzehr es zu keinerlei Geruchsbildung kommt. Aufgabe 9 und 10 Da gibt es jetzt dieses neue Road-Movie von, äh, ich weiß den Namen nicht mehr. Macht nichts. Road-Movie ist nicht so sehr mein Ding. Und überhaupt, Kino kommt für mich im Moment nicht in Frage. Wieso? Du warst doch sonst in fast jedem Film. Kann sein. Aber im Moment habe ich einfach nicht die Nerven. Ich habe durch das Studium nebenher so viel zu tun, dass ich abends einfach nur froh bin, mal so richtig abzuhängen. Also, ich meine, ich will oft gar nicht mehr raus. So ist das halt. Schade. Naja, vielleicht magst du mal vorbeikommen. Auf ein Bier oder so. Klar, das können wir machen. Gern. Hören 15 Aufgabe 1 und 2 Na, und wie war dein erster Abend in der Theatergruppe? Ach, eigentlich ganz gut. Da sind nette Leute dabei. Und die Leiterin fand ich ziemlich toll. Richtig engagiert. Wird man dich denn nun bald auf der Bühne sehen? Nein, das noch nicht. Im Moment suchen sie noch nach einem Stück. Und das ist gar nicht so einfach, da wir viel mehr Frauen in der Gruppe sind als Männer. Wahrscheinlich müssen dann auch einige Rollen doppelt besetzt werden. Aber sie haben schon etwas in der engeren Auswahl. Mal sehen. Also, dann bin ich einfach weiter gespannt. Ich schaue mir das auf jeden Fall an. Aufgabe 3 und 4 Unser Thema heute von der Stadtverwaltung, Kartons und Gegenstände am Straßenrand, die mit einem Schild zu verschenken, versehen sind. Ist das überhaupt erlaubt? Naja, in den meisten Fällen ist das sicher gut gemeint. Aber grundsätzlich gilt natürlich, dass die Bürger verpflichtet sind, diese nicht am Straßenrand zu entsorgen, sondern in den dafür vorgesehenen Müllcontainern oder auf dem Wertstoffhof. Denn stellen Sie sich mal vor, ein Mensch verletzt sich an einem der Gegenstände. Wer meint, dass andere seine ausrangierten Dinge vielleicht noch gebrauchen können, sollte besser versuchen, sie über das Internet zu verschenken. Du, ich war ja nun die ganze Woche krank. Kannst du mir sagen, was im Kurs alles gelaufen ist? Leider nicht, denn ich war eine Woche in Bremen bei meinen Eltern. Meiner Großmutter geht es nicht gut. Aber du könntest doch Jessica fragen. Die macht immer unglaublich gute Mitschriften. Das habe ich schon versucht, aber sie war letzte Woche auch nicht im Kurs. Ich glaube, sie hat sich mit ihrem Freund zerstritten und jetzt geht es ihr nicht so gut. Und Jörn? Kannst du nicht versuchen, den zu erreichen? Habe ich auch schon versucht, aber der ist bei seiner Freundin in England. Die hat da doch dieses Praktikum, du weißt schon, in dem Kinderheim. Also, dann fällt mir im Moment niemand mehr ein. Das ist ja wirklich dumm. Aufgabe 7 und 8 Die Strafen für das Schwarzfahren in U-Bahn und S-Bahnen sowie Bussen sind hoch. Aber trotzdem lassen sich viele Menschen nicht davon abhalten. Es ist natürlich schon so, dass die Nahverkehrstickets für manche Leute in der Großstadt kaum noch bezahlbar sind. Aber es gibt auch Leute, die einfach nur ein bisschen Risiko suchen. Dabei wird Schwarzfahren aber strafrechtlich verfolgt. Im Extremfall kann das Gericht sogar eine Freiheitsstrafe verhängen. Die Meinungen darüber, ob dies sinnvoll ist, gehen auseinander. Besser wäre es, so sagen manche Experten, die Tickets grundsätzlich bezahlbarer zu machen. Dann würden zumindest einige Menschen auf das Schwarzfahren verzichten. Ich habe gehört, du gehst nach Australien. Mensch, das ist ja eine Überraschung. Ja, die Entscheidung ist sehr plötzlich gefallen. Ich habe in Melbourne an der Uni einen Job bekommen und da Martin bereit ist, mitzugehen, werden wir dort nun für zwei Jahre leben. Klingt wirklich gut. Aber sag mal, kriegt Martin das mit seinem Job so einfach hin? Nein, er hat gekündigt, weil er ein Buch schreiben will. Er hat doch von seiner Oma so viel geerbt. Und nun möchte er das nutzen, um endlich diesen Roman zu schreiben, der ihm schon eine ganze Weile im Kopf herumspukt. Mensch, ihr seid ja Glückspilze. Also, dann wünsche ich euch eine tolle Zeit. Danke, ja, aber wir machen sicher noch eine Abschiedsparty. Hören 16 Ich begrüße heute Martin Weiß. Herr Weiß. Sie sind freier Reisebuchautor und haben gerade ein Buch über den sogenannten sanften Tourismus veröffentlicht. Nun ist das ja ein Begriff, der durchaus vielschichtig ist. Können Sie uns kurz erläutern, was darunter zu verstehen ist? Aber gern. Unter sanftem Tourismus verstehe ich grundsätzlich eine bestimmte Haltung des Reisenden dem Gastgeberland gegenüber. Die sollte von Respekt geprägt sein. Und sie gründet nicht allein in einem schonenden und verantwortungsvollen Umgang mit der Natur, sondern betrifft auch kulturelle Konzepte, mit denen ich mich als Reisender auseinanderzusetzen habe. Was heißt das konkret? Nun, das bedeutet, dass ich mich mit den Gepflogenheiten und kulturellen Konventionen des Gastgeberlandes vertraut mache, bevor ich mich überhaupt erst auf den Weg mache. Dass man sich vor Reisebeginn eingehend informiert, ist in dieser Beziehung nur ein Aspekt. Ich muss auch dazu bereit sein, meine eigenen kulturellen Konventionen zu überdenken und zu reflektieren. Damit ist grundsätzlich die Voraussetzung gegeben, dass ich mich an die Kultur und an die Verhaltensweisen der Menschen des Gastlandes anpasse, während ich mich dort aufhalte. Ein hoher Anspruch. Ist das nicht sehr aufwendig? Sicher, es erfordert eine gewisse Praxis, auch im Umgang mit sich selbst. Nur wer bereit und auch fähig ist, eigene Konventionen zu überdenken, kann diesem Anspruch wirklich gerecht werden. Und wie lässt sich das nun lernen? Genau das ist das Thema meines Buches. Ich stelle verschiedene Kulturen und spezifische Konventionen vor, die für diese jeweils typisch sind. Und daraus leite ich dann Fragen ab, die sich auf die Kultur meines Lesepublikums beziehen. So werden meine Leserinnen und Leser schrittweise dazu angeleitet, über ihre eigenen Konventionen nachzudenken. Wer denken Sie, wird Ihr Buch kaufen? Viele Menschen wollen heute individueller reisen und besondere Erfahrungen machen. Diese Menschen sind auch bereit, eine anspruchsvollere Reiseliteratur zu kaufen. Ich glaube, diese Zielgruppe könnte zu meinem Buch greifen. Ich möchte aber generell alle Lesende ansprechen, die sich mit der Kultur ihres Reiselandes auseinandersetzen möchten. Sie haben einen hohen Anspruch und gehen durchaus theoretisch vor. Haben Sie nicht die Befürchtung, dass das abschreckend wirken könnte? Hier ist von einigen Rezensenten leider etwas missverstanden worden. Das Buch enthält natürlich auch theoretische Ausführungen und beschäftigt sich mit anspruchsvollen Methoden für ein interessiertes Publikum. Durch die vielen Fallbeispiele und die schrittweisen Anleitungen, die den überwiegenden Teil des Buches einnehmen, ist es aber sogar ausgesprochen praxisorientiert und somit für einen breiten Leserkreis geeignet. Eine letzte Frage noch, Herr Weiß. Was für ein Buch planen Sie als nächstes? Ein Buch über die deutschen Regionen und über den Umgang der Deutschen miteinander. Da gibt es viele Vorurteile, nicht nur zwischen den Ost- und Westdeutschen. Es ist schon sehr spannend zu schauen, wie man zum Beispiel in Norddeutschland über die Bayern denkt und umgekehrt. Hier etwas aufzubrechen und vielleicht sogar zu erschüttern, das wäre mein Anliegen für ein nächstes Buch. Herr Weiß, vielen Dank für dieses Gespräch. Hören 17 Ich begrüße hier im Studio Frau Bauer aus Kiel. Frau Bauer, Sie sind Berufsforscherin. Wie wird man das eigentlich? Nun, ich habe ursprünglich Soziologie studiert und bin seit langem als Berufsberaterin tätig. Daneben schreibe ich an einer Doktorarbeit zum Thema Wie viel Zukunft haben die alten Berufsbilder? Wer kommt denn eigentlich in eine Berufsberatung? Eher jüngere Menschen oder auch ältere, die sich zum Beispiel umschulen lassen möchten? Generell würde ich sagen, dass keine der Altersgruppen auffallend überrepräsentiert ist. Zu mir kommen Menschen, die sich über den Arbeitsmarkt informieren möchten und die herausfinden wollen, für welche Berufe sie am besten geeignet sind. Dabei stellt sich oft heraus, dass viele gar nicht wissen, wie viele neue Berufe es heute gibt. Wir leben ja in einer Zeit, in der sich die Berufsbilder stark wandeln. Und zu dieser Entwicklung hat sicherlich die Digitalisierung ganz erheblich beigetragen. Gewiss, das muss man so sagen. Im Grunde genommen handelt es sich ja gar nicht immer um neue Berufe, sondern um eine Verschiebung hinsichtlich der geforderten Kompetenzen. Es geht um die Fähigkeit, altes Wissen mit neuen Technologien zu verbinden. Raten Sie Ihren Kunden denn dazu, sich grundsätzlich mit den neuen Technologien vertrauter zu machen? Nein, so einfach ist es nicht. Die Digitalisierung mag die Gesellschaft sehr verändert haben, aber es gibt noch andere Faktoren, die dafür verantwortlich sind, dass sich unsere Welt verändert hat. Und anders tickt als noch vor 25 Jahren. Ich denke zum Beispiel an den demografischen Wandel, also die Tatsache, dass die Menschen in den westlichen Industrieländern heute immer älter werden, was zur Folge hat, dass es heute immer mehr Rentner gibt im Verhältnis zur restlichen Bevölkerung. Und daraus ergeben sich auch neue Berufsbilder? Oh, viele! Vielleicht haben Sie schon mal von dem Beruf des Nostalgologen gehört, nur um ein Beispiel zu nennen. Das sind in der Regel Innenarchitekten, die es verstehen, Räume so zu gestalten, dass sie denen einer vergangenen Epoche gleichkommen. Sie können Wohnungen in einem Stil einrichten, der vor vielen Jahren einmal modern war, egal wie alt das Haus selbst ist. Ältere Menschen, die heute auch oft über ausreichende finanzielle Mittel verfügen, können ihre Wohnungen und Zimmer mit Hilfe eines Nostalgologen entsprechend gestalten. So wird ein Gefühl der Vertrautheit geschaffen, die Senioren in unserer sich rasant ändernden Welt nicht mehr haben. In alten Residenzen könnte das zum Beispiel eine große Rolle spielen. Das heißt, dass Nostalgologen sehr interdisziplinär ausgebildet sein müssen. Sie sollten sowohl etwas von Architektur verstehen, als auch von Geschichte und Soziologie. Ja, das ist ein grundsätzliches Merkmal dieser neuen Berufe. Das hört sich gut an, ist für den Einzelnen aber sicher auch anstrengend. Wird erwartet, dass wir künftig alle Multitalente sind? Nein, das sicher nicht. Das ist auch gar nicht erforderlich, solange es noch einige Spezialisten gibt. Für all die anderen aber wird sich das Wissen auf mehrere Bereiche erstrecken. Aber es wird dann natürlich auch oberflächlicher sein. Frau Bauer, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Hören 18 Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Meine grüne Stadt. Heute soll es um das Thema Kleingartenkultur gehen. Ich begrüße hier im Studio Frau Angelika Arnold, Mitgründerin des Vereins Mein Garten e.V. und Herrn Leonard Schwarzer, der im Neuburger Gartenverein aktiv ist. Guten Tag. Schönen guten Tag. Frau Arnold, Wie sind Sie dazu gekommen, den Verein Mein Garten e.V. zu gründen? Nun, das ist ja keine neue Idee. Schon vor 100 Jahren hat man solche Vereine gegründet. Und auch heute ist die Situation so, dass es immer mehr Menschen gibt, die es in die Großstädte zieht. Aber kaum jemand kann sich ein Häuschen mit Garten leisten. Manche haben noch nicht einmal eine Wohnung mit Balkon. Worum ging es denn bei Ihrem Verein konkret? Das Gelände des Vereins liegt in einer parkähnlichen Anlage. Den Mitgliedern ist es erlaubt, freie Flächen zu pachten und zu bewirtschaften. Wir hatten nun aber die Idee, dass die Freiflächen nicht mehr durch einzelne Mitglieder, sondern durch die Gemeinschaft genutzt werden sollten. Leider hat das nicht gut funktioniert. Die Vorstellungen waren einfach zu unterschiedlich. Schließlich mussten wir sogar feste Regeln einführen, was gar nicht gut ankam. Nach meinen Informationen war es bei Ihnen sogar so, dass zum Beispiel geregelt wurde, wie viel Prozent der Nutzfläche womit konkret bepflanzt werden darf. Herr Schwarzer, Ihnen ist die Lust an der Gartenarbeit aber nicht vergangen. Nein, ganz und gar nicht. Was waren für Sie denn Gründe, sich für einen Gartenverein zu entscheiden? Nun, da war zuallererst der Wunsch, mehr draußen, also im Grünen zu sein. Wir fanden unsere Hochhauswohnung besonders für die Kinder zu beengt und haben uns dann nach Möglichkeiten in unserer Nähe umgeschaut. Für meine Frau war aber sicherlich auch wichtig, dass wir nun unser eigenes Obst und auch Gemüse anbauen können. Und ich muss sagen, das möchte ich jetzt gar nicht mehr missen. Es ist eine tolle Sache, am Sonntagmorgen ein Glas Marmelade aufzumachen und zu wissen, wir haben die Marmelade nicht nur selbst gemacht, sondern auch die Früchte dazu angebaut. Zusammen mit unseren Freunden. Frau Arnold, Sie haben den Verein dann wieder verlassen. Haben Sie das inzwischen bereut? Nein. Wir wollen uns nun am Wochenende und abends einfach nur ausruhen. Die Vereinsarbeit hat uns nicht gut getan. Von Freunden wissen wir auch, wie viel Streit sich im Nachhinein noch ergeben hat. Dann haben Ihre Freunde sicher auch viel Pech gehabt. Ich muss sagen, wir haben durch den Verein viele neue Bekannte hinzugewonnen und fühlen uns dort sehr wohl. Zugegeben, bestimmte Regeln müssen eingehalten werden und es ist auch eine Menge Arbeit. Aber ich bin sicher, wer Spaß an Gartenarbeit hat, nimmt das gar nicht mehr als Arbeit wahr. Für uns ist das eigentlich eher ein Hobby. Frau Arnold, Herr Schwarzer, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Hören 19 Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Erziehungsratgeber. Heute soll es um die Frage gehen, wie viele Fernsehnachrichten verträgt ein Kind. Ich begrüße hier im Studio Frau Vera Tisch und Herrn Tim Geist. Guten Abend. Schönen guten Abend. Frau Tisch, Sie haben zwei Töchter im Alter von neun und elf Jahren. Ist es Ihnen schon mal passiert, dass die Kinder nach bestimmten Bildern in den Fernsehnachrichten verstört wirkten? Na ja, soweit lassen wir es gar nicht erst kommen. Wir haben strenge Regeln für das Fernsehen eingeführt. Und das betrifft nicht nur die Zeitdauer, sondern auch bestimmte Sendungen. Nachrichtensendungen zum Beispiel dürfen unsere Kinder nicht sehen. Damit meinen Sie sicherlich Nachrichten für Erwachsene. Es gibt ja auch Nachrichten für Kinder. Kommt Ihre Elfjährige nicht so langsam in das Alter, wo sie an die Realität herangeführt werden müsste? Ja, es geht mir in erster Linie um die Hauptnachrichten im Fernsehen. Und was wir dort an Realität vorgesetzt bekommen, zeigt nach unserer Meinung nicht die Realität. Es werden oft brutale Szenen in den Mittelpunkt gestellt, die den Nachrichtengehalt dominieren und die Realität in diese Richtung verzehren. Herr Geist, Sie haben auch zwei Kinder in diesem Alter. Wie haben Sie das zu Hause organisiert? Wir haben zwar für das Fernsehen auch strenge Regeln eingeführt. Nachrichtensendungen wollen wir unserer Tochter und unserem Sohn aber nicht verbieten. Im Gegenteil, wir sind der Meinung, dass die Kinder nicht zu spät an das, was in der Welt passiert, herangeführt werden sollten. Auch wenn die Bilder nicht immer schön sind. Wichtig ist, dass man dann mit den Kindern darüber spricht und versucht zu erklären, was da vorgeht. Aber das ist ja gerade das Problem. Vieles lässt sich einfach nicht erklären. Und die Kinder sind noch zu jung dafür, damit umgehen zu können. In diesem Alter sehen sie sich schon noch nach Sicherheit und Geborgenheit. Und ich denke, das müssen wir ihnen als Eltern auch geben. Nun sind die Kinder ja nicht nur mit den Eltern zusammen, sondern oft den ganzen Tag in der Schule oder bei Freunden. Sollten sie dort denn nicht auch mitreden können? Mitreden, ja. Aber dazu brauchen sie nicht solche schrecklichen Bilder im Kopf zu haben. Es wäre schön, wenn wir unseren Kindern das ersparen könnten, ja. Aber ich fürchte, wir können das nicht. Denken Sie mal, wie viele Videoclips auf dem Schulhof herumgereicht werden. Und die sind mindestens so grausam wie manche Nachrichtensendungen. Oh, bei unseren Töchtern in der Schule dürfen keine Videoclips herumgereicht werden. Das ist ja gerade der Punkt. Es muss klare Verbote geben. Und natürlich nicht nur im Elternhaus, sondern auch in der Schule. Vom Grundsatz her ist das sicher richtig. In der Praxis aber kaum zu kontrollieren. Ich meine, wir können unsere Kinder nicht den ganzen Tag vor der Welt abschirmen. Und wir sollten es auch gar nicht erst versuchen. Was schlagen Sie dann zum Schutz der Kinder vor? Reden? Das hilft. Wir brauchen einen guten Zugang zu den Kindern. Dann können Sie das Gesehene gemeinsam mit uns verarbeiten. Ich danke Ihnen beiden für dieses Gespräch. Hören 20 Ich begrüße Sie herzlich zu meinem Vortrag Regeln für die Handynutzung von Kindern. Mein Name ist Ralf Steger und ich bin Erziehungswissenschaftler und freier Buchautor. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist nicht nur an Schulen ein großes Thema, sondern auch in vielen Familien. Wie viel Handy und Smartphone-Nutzung können wir unseren Kindern überhaupt erlauben? Und können Kinder wirklich lernen, mit diesem Gerät verantwortungsvoll umzugehen? Wie fange ich damit an? Da wir als Eltern eine wichtige Vorbildfunktion haben, gilt auch hier, sich zunächst einmal selbst zu befragen. Ist das, was ich meinem Kind vorlebe, tatsächlich auch dazu geeignet, imitiert, also nachgeahmt zu werden? An welchen Stellen sollte ich mein Verhalten vielleicht doch ändern? Eine gründliche Selbstbeobachtung kann also bereits zu ersten, wertvollen Erkenntnissen führen. Aber wir wissen es alle. Erkenntnisse bedeuten noch nicht, dass sich auch tatsächlich etwas ändert. Um dies zu erreichen, müssen wir eine Vorgehensweise im Kopf haben, die so konkret wie möglich sein sollte, um das von uns gewünschte Ziel, in diesem Fall also ein sinnvoller Umgang mit dem Handy, auch wirklich umzusetzen. Wie aber könnte so ein konkreter Maßnahmenkatalog für ein Kind aussehen? Nun, wie bei uns selbst sollte der Plan Regeln enthalten, die nicht nur genau formuliert sind, sondern auch gut in die Realität umgesetzt werden können. Eine Regel wie maximal zwei Stunden täglich am Handy hört sich zwar zunächst gut an, ist in der Praxis dann aber kaum realisierbar. Denn Kinder und nicht nur Kinder greifen ja oft nur für wenige Minuten am Stück zu ihrem Handy. Das heißt, sie legen es dann schnell wieder weg und spielen etwas anderes. Am Ende des Tages lässt sich die Zeit, die man mit dem Gerät tatsächlich verbracht hat, aber kaum noch korrekt addieren. Hier gilt, dass es sinnvoller ist, mit dem Kind nicht nur eine Gesamtstundenzahl auszumachen, sondern eine insgesamt präzisere Anweisung zu geben. Diese könnte beispielsweise so aussehen. Du darfst mit deinem Handy bis zu vier Mal am Tag spielen, aber niemals länger als 30 Minuten. Weitere, ebenfalls gut realisierbare Regeln sind, die Handynutzung zum einen an bestimmte Orte zu Hause zu knüpfen, etwa an den Schreibtisch oder an das Wohnzimmer. Die Regel könnte heißen, du darfst im Wohnzimmer und in deinem Zimmer am Schreibtisch mit dem Handy spielen, aber nicht im Bett. Zum anderen haben sich Tageszeiten in diesem Zusammenhang schon sehr bewährt. Beispielsweise, du darfst am Nachmittag bis 18 Uhr mit deinem Handy spielen. Was Kinder auch unbedingt lernen müssen, ist, dass das Spielen mit dem Handy kaum vereinbar ist mit anderen Tätigkeiten, wie zum Beispiel dem Essen. Also, Finger weg vom Handy beim Essen. All diese Regeln setzen aber natürlich voraus, dass auch sie selbst sich daran halten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Hören 21 Ich begrüße Sie herzlich zu meinem Vortrag zum Thema Motivation. Mein Name ist Karin Reiber und ich bin Psychologin und freie Motivationstrainerin. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie kennen das sicherlich. Eine große Aufgabe liegt vor Ihnen, zum Beispiel das Aufräumen des Kellers. Es müsste dringend gemacht werden, aber Sie schieben es immer wieder auf und Sie haben ein schlechtes Gefühl. Ihr Gefühl irrt nicht, denn wer aufschiebt, kommt keinen Schritt weiter. Es nützt nichts, die Arbeit muss ja erledigt werden. Und mit jedem weiteren Tag, der vergeht, wächst Ihr Gefühl der Unzufriedenheit. Was hier hilft, ist nicht der Zwang zur Selbstüberwindung, sondern die Selbst Motivation. Wer sich selbst motivieren kann, hat mehr Spaß, erzielt bessere Ergebnisse und ist entspannter. Forschungsergebnisse aus der ganzen Welt lassen daran keinen Zweifel aufkommen. Wie aber funktioniert Selbst Motivation? Zuallererst sollten Sie sich mit der Aufgabe intensiver auseinandersetzen. Machen Sie sich klar, worin für Sie der Nutzen besteht, wenn Sie diese tatsächlich erledigt haben. Dieser Nutzen muss nicht unbedingt sichtbar sein, sondern es reicht, wenn Sie ein bestimmtes Gefühl damit verbinden. Beim Keller aufräumen zum Beispiel wäre es das Gefühl, sich von Altem getrennt zu haben, ein Gefühl von Freiheit also. In einem zweiten Schritt sollten Sie die Aufgabe in kleinere Arbeitsschritte zerlegen. Es fällt allen Menschen bedeutend leichter, sich für einen einzelnen Schritt zu motivieren, als für eine große, kaum überschaubare Aufgabe. Man könnte also zum Beispiel mit einer bestimmten Ecke im Keller beginnen. Oder man entscheidet sich, zunächst die großen Dinge zu sortieren, wie Haushaltsgeräte oder Möbelstücke. Eine andere Weise, die Aufgabe kleiner zu machen, besteht darin, sie in Zeitabschnitte zu zerlegen. Sie könnten sich also sagen, ich räume jetzt für eine Stunde im Keller auf und schaue, wie weit ich komme. Wenn Sie sich zu einer Aufgabe motivieren, achten Sie bitte darauf, dass auch das, was Sie im Innern zu sich selbst sagen, motivierend ist. Tatsächlich ist es ja so, dass man die meisten Aufgaben ohne größere Probleme erledigen kann. Wie anders fühlt sich ein Puh, ich muss jetzt den Keller aufräumen an, als ein Ich will das jetzt gern machen. Über den inneren Monolog können Sie sich also auch selbst wesentlich beeinflussen. Wählen Sie dabei Wörter, mit denen Sie positive Assoziationen verbinden und erfinden Sie dazu innere Bilder. Wer zum Beispiel seinen Keller als Dunkelkammer bezeichnet, wird vor seinem inneren Auge einen Raum sehen, in dem man sich nicht länger aufhalten möchte. Wer den Keller aber ganz sachlich als Abstellraum betrachtet und sich vielleicht eine hübsche Lampe vorstellt, die sich von oben mit hinunter nehmen lässt, wird sich gleich sehr viel motivierter fühlen. Probieren Sie ein Vielen Dank. Vielen Dank.